Was hier so fröhlich vor sich hin knackt, ist ein Geigerzähler. Oder besser ausgedrückt ein Geiger Müller C-Rohr. Das so ziemlich wichtigste Messinstrument für ionisierende Strahlung, wie sie zum Beispiel von radioaktiven Stoffen ausgesendet wird. Ich kann das auch mal kurz zeigen. Ich habe hier eine Fliese, die eigentlich unscheinbar aussieht. Aber wenn ich sie vor das C-Rohr halte, passiert hier auch noch nicht viel. Allerdings die rote Farbe, die scheint tatsächlich irgendwas auszusenden, was das C-Rohr erfassen kann. In diesem Erklärvideo möchte ich euch zeigen, wie dieses Messgerät funktioniert. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Entwickelt wurde zwischen 1913 und 1928 von Hans Geiger und Walter Müller und soll eigentlich nur wissen, wie stark die Strahlung ist, die gerade eindringt. Also nicht wie viel Energie sie hat, sondern wie viel Teilchen pro Sekunde in dieses Gerät eindringen. Schauen wir es uns mal genauer an. Ich nehme mal den Digitalzähler ab und zeige es in die Kamera. Von außen gesehen ist das Gerät erstmal ziemlich unspektakulär. Kleiner Metallzylinder, vorne eine Folie, hinten der BNC-Anschluss und das war es eigentlich auch schon. Was wir nicht sehen können, ist wie das Gerät im Inneren aufgebaut ist. Es ist hohl und da drin ist ein Draht gespannt. Ich zeichne das mal. So. Der Stab ist parallel zu den Zylinderwänden. In dem Rohr ist keine Luft, sondern ein Edelgas, wie zum Beispiel Argon. Deswegen auch die Folie vorne drauf. Das Gas soll ja nicht entweichen. Zwischen Wand und Stab wird eine Spannung U0 angelegt, die im üblichen Betriebsmodus des einfachen Zehens bei etwa so 400 Volt liegt. Damit kein Kurzschluss entsteht – das wäre bei 400 Volt nur wirklich nicht schön – ist zwischen dem Draht und der Wand ein isolierender Ring. In der Realität sieht man hier den Plastikring, der bei dem Standard BNC-Anschluss auch üblich ist. Wenn ich möchte, kann ich die Spannung auch direkt messen. Dazu zeichne ich mal hier noch ein Spannungsmessgerät ein. So. Außerdem ist die Außenseite geerdet. Das ist wichtig, damit ich das Zero an der Hand halten kann, ohne dass ich gleich eine geflammt bekomme. Oder – physikalischer gesagt – keinen Kontakt zu einem Erdschlussstrom herstelle. Das eigentliche Mess-C-Gerät misst die Spannung, die zwischen dem Draht im Inneren und der Erde anliegt. Da die Außenseite geerdet ist, entspricht das dann auch der Spannung zwischen dem Draht und der C-Rohrwand. Haben wir mit der Spannung eigentlich auch Stromfluss? Ne. Der Stromkreis ist nämlich unterbrochen. Und zwar durch den Plastikring einerseits, aber eben auch durch das Edelgas. Edelgase sind naturgemäß nicht leitend. Die Schaltung muss übrigens gleich noch ein bisschen verbessert werden. Aber fangen wir erst einfach mal mit der Funktionsweise an. Gemessen werden soll ja das Eindringen eines Teilchens, das genügend Energie besitzt, um ionisieren zu können. Lassen wir also ein solches Teilchen mal eindringen. Dazu muss es durch das Glimmerfenster. Und deswegen ist diese Folie auch so dünn, trotz der Reißgefahr. Sie soll zwar das Edelgas drin halten, aber die Zentralum muss sie ja durchdringen können. So, jetzt ist das eine Teilchen eingedrungen. Und was kann es machen? Eigentlich nur eine Sache, nämlich ionisieren. Und genau das macht es auch. Es ionisiert ein Argon-Gasatom. Als Folge entsteht ein freies Elektron und ein positiv geladenes Restion. Jetzt haben wir ja eine Spannungsquelle angeschlossen. Und nach dem zweiten kircherschen Gesetz liegt die Spannung, die zwischen dem Polen der Quelle ist, ja auch zwischen Draht und C-Rohrwand an. Das heißt, zwischen den beiden gibt es auch ein elektrisches Feld. Oder ich sage es ein bisschen einfacher. Es wirken Kräfte auf das Elektron und auf das Ion. Dadurch beschleunigt das freie Elektron nach innen. Und auch das Ion kann sich bewegen. Es ist ja ein gasförmiger Zustand vorhanden. Das heißt, auch das Ion beschleunigt. Aber eben in die andere Richtung, nach außen. Beide nehmen dabei rasch Bewegungsenergie auf. Und wenn sie genug Energie haben, was sehr schnell passiert, dann können sie ihrerseits ein weiteres Argon-Atom ionisieren. Auch dieses Ion und das freie Elektron beschleunigen wieder. Wieder freie Ladung und der Vorgang wiederholt sich ganz oft immer wieder und wieder, sodass lawinenartig ganz viele freie Elektronen und Argon-Ionen entstehen. Diese bilden nun so eine Art Kanal an beweglichen Ladungsträgern zwischen Draht und Wand. Der Vorgang geht in der Realität sehr schnell. Auf ähnliche Weise entstehen etwa Blitze bei Gewittern. Hier haben wir jetzt einen leitenden Ionkanal in dem Gas, das bislang isoliert hatte. Und damit setzt Stromfluss ein. Wir haben ja einen geschlossenen Stromkreis jetzt. Übrigens ein Stromkreis mit 400 Volt Spannung. Und ohne echten Widerstand bislang. Oh, das ist ein richtig böser Kurzschluss. Nicht gut. Um das zu vermeiden, bauen wir noch einen Widerstand eher in den Stromkreis ein. So, und das ist auch die versprochene Verbesserung. Und wie es dann weitergeht, ist elektrisch hochinteressant. Ich baue zum besseren Verständnis mal eine andere Schaltung auf. Szenenwechsel. Schwupp. So, ist eine ganz einfache Schaltung. Spannungsquelle, Schalter, Glühlämpchen. Alles einfach in Reihe geschaltet. So. Und ich drehe die Quelle noch auf, bis die Lampe schön leuchtet. Das ist hier etwa bei 10 Volt der Fall. Diese Schaltung ist ein Modell für die elektrischen Vorgänge im Geiger Müller Z-Rohr. Der Schalter ist das Z-Rohr selbst. Offen, wenn das Gas nicht leitet. Geschlossen, wenn der Ionenkanal entstanden ist und das Gas anfängt zu leiten. Die Lampe ist ein Widerstand und damit natürlich dann stellvertretend auch für den Widerstand in der Z-Rohr-Schaltung selbst. Nur, dass der dann nicht leuchtet. Was mich jetzt interessiert ist, welche Spannung anliegen. Und zwar sowohl über dem Schalter als auch über der Lampe. Also schließe ich Spannungsmessgerät parallel über diese beiden Bausteine an. Nummer 1 und Nummer 2. So. Und los. Der Schalter ist offen. Die Quelle schalte ich an und die Quellenspannung liegt vollständig über dem Schalter an. Über dem Widerstand ist gar nichts. Das ist eigentlich auch ganz logisch, wenn man darüber nachdenkt. Es fließt kein Strom. Und bei ohmschen Widerständen geht das ohmsche Gesetz. U gleich R mal I. Und I ist Null. Kein Strom. Und damit fällt über dem Widerstand R auch keine Spannung ab. Wenn man jetzt noch das zweite Kirchhoffsche Gesetz kennt, dann weiß man, dass die Quellenspannung damit auch komplett zwischen der Z-Rohrwand und dem Draht anlegen muss, sprich hier über dem Schalter. Aber nun schließe ich den Schalter, sodass der Stromfluss einsetzt. Oha. Nun ist Spannung über der Lampe. So wie es aussieht auch komplett. Über dem Schalter hingegen ist die Spannung anscheinend vollständig zusammengebrochen. Nichts mehr da. Das ist übrigens auch logisch, zumindest nach den Formeln her. Durch das Schließen des Schalters hat dieses Bordteil ja gar keinen Widerstand mehr. Und da gilt auch die Formel U gleich R mal I. Und wenn R Null ist, ist auch U Null. Also keine Spannung mehr da. Öffne ich den Schalter wieder, so bauen sich die Spannung wieder andersherum auf. Faszinierend. Ich will die Vorgänge aber nicht nur mit Formeln, sondern mit einem Modell noch ein bisschen besser verständlich machen. Ein Modell zu Modell sozusagen. Ich stelle mir dazu die elektrische Strömung als Gasströmung vor. Das heißt, statt eines Kabels haben wir ein Gasrohr. Mit einer Quelle erzeuge ich den Strom, also Gasstrom dann. Und so stelle ich mir die Quelle als Pumpe vor. Hier mit diesem einfachen Symbol dargestellt. Dann kommen die Rohre statt der Kabel. Mit dem Schalter kann ich den Strom unterbrechen. Im Gasmodell wäre das dann ein Ventil, das ich öffnen und schließen kann. Und der elektrische Widerstand behindert den Strom, elektrisch oder Gas. Deswegen stelle ich ihn mir als Engstelle vor. So weit, so einfach. Aber was ist denn jetzt Spannung? Antwort, ich kann sie mir in diesem Modell als Druckunterschied vorstellen. Dazu brauche ich mal ein paar Druckmessgeräte und zeichne einfach mal zwei ein, links und rechts von der Pumpe. So. Die Quelle pumpt nun das Gas auf die linke Seite. Das heißt, im linken Rohr ist ein hoher Druck und im rechten Rohr ist ein niedriger Druck. Der Druckunterschied zwischen diesen beiden Rohren. Das entspricht ziemlich gut dem, was die Spannung U für ein elektrisches System ist. Und die Pumpe ist damit eine Spannungsquelle. Sie erzeugt die Spannung. Das Ventil ist zunächst geschlossen. Das heißt, der Stromkreis unterbrochen. Also der Schalter offen bzw. im C-Rohr noch keinen Ionenkanal. Nun ergänze ich drei Messgeräte. So. Der niedrige Druck breitet sich auch durch die Engstelle albelig im gesamten rechten Rohrsystem aus. Deswegen habe ich auf der linken Seite des Ventils hohen und auf der rechten Seite des Ventils niedrigen Druck. Sprich, einen Druckunterschied. Im elektrischen System bedeutet das, über dem Schalter liegt Spannung an. An der Engstelle, dem Pendant zum Widerstand, habe ich hingegen auf beiden Seiten den gleichen Druck. Also kein Druckunterschied. Also ist über dem Widerstand keine Spannung. Jetzt öffne ich das Ventil volle Pulle auf. Das ganze Gas zischt drüber. Der Druckunterschied über dem Ventil bricht damit völlig zusammen. Sprich, die Spannung über dem Schalter verschwindet. Das Gas strömt nun die ganze Zeit im Kreis. Links von der Engstelle ist es unter hohem Druck, rechts unter niedrigem Druck. Sprich, der Druckunterschied ist über der Engstelle, die Spannung über dem Widerstand. Damit endlich zurück zum Zehrohr. Ich fasse nochmal zusammen. Ein Teilchen dringt ein, ionisiert ein Argonatom. Es entsteht ein freies Elektron und ein positiv geladenes Restion. Beide beschleunigen durch das elektrische Feld. Sie nehmen Bewegungsenergie auf und ionisieren ihrerseits weitere Argonatome. Und die wiederum noch mehr. Folge, ein Kanal aus Ladungsträgern entsteht und Stromfluss setzt ein. Übertragen auf den anderen Stromkreis heißt das, der Schalter schließt sich. Und jetzt haben wir dazugelernt, damit bricht die Spannung zwischen Zehrohrwand und Draht zusammen und baut sich gleichzeitig über dem Widerstand eher auf. Das ist nun der Stand der Dinge. Und keine Angst, wir sind fast fertig. Wir haben also Stromfluss und die Spannung und das elektrische Feld im Zehrohr sind weg. Was passiert nun? Die freien Ladungsträger schauen sich verdutzt um und merken, dass sie sich gegenseitig anziehen. Schließlich sind die Elektronen negativ und die Ionen positiv geladen. Da sie im Gas frei beweglich sind, fliegen sie aufeinander zu und rekombinieren wieder zu fröhlich-friedlichen Argonatomen. Damit verschwindet aber auch der Ionenkanal sofort wieder. Er hat im Prinzip seine eigene Entstehungsursache gleich wieder zerstört. Er ist da und schwubbeliwupp gleich wieder weg. Desgleichen der Stromfluss. Und die Spannung? Die ist nun wieder zwischen Draht und Wand. Der Ausgangszustand ist damit wieder hergesteht. Also Zusammenfassung der Zusammenfassung. Dringt ein ionisierendes Teilchen ein, wird der Stromkreis im Zehrohr geschlossen und gleich danach wieder geöffnet. Ich habe also im Endeffekt einen ganz kurzen Stromstoß. Entsprechend habe ich nach U gleich R mal I über dem Widerstand R eine ganz kurze Spannungsspitze. Ich schaue mir das mal in Spannungszeitdiagramm genauer an. So, Koordinatensystem, die Quellenspannung O0 ist die ganze Zeit da. Ich setze sie jetzt einfach mal als negativ an. Wer die kirchhoffschen Gesetze kennt, weiß, dass ich dann die anderen Spannungen schön als positive Werte betrachten kann. Wer sie nicht kennt, das ist eigentlich auch egal. Jedenfalls ist die Spannung im Zehrohr betraglich gleich groß wie die Quellenspannung O0, nur eben mit dem anderen Vorzeichen. Wo dem Widerstand ist, nix. So, nun dringt das Teilchen ein. Der ganze gerade erläuterte Zirkus passiert und damit setzt Stromfluss ein. Nach U gleich R mal I habe ich nun auch Spannung über dem Widerstand R, wenn gleichzeitig die Spannung im Zehrohr selbst zusammenbricht. Der Kanal fällt auch sofort wieder in sich zusammen. Stromfluss und Spannung über R verschwinden auch sofort wieder und dafür baut sich die Spannung dann erneut im Zehrohr auf. Das System geht zurück in den Ausgangszustand. Am Ende habe ich beim ionisierenden Eindringling also einen Spannungspeak und den kann nicht messen. Schließe ich etwa einen Lautsprecher an die Kabel an, macht es daran Knack, wenn es einen solchen Impuls gibt. Ja und genau das soll das Gerät ja auch machen. Ein Teilchen dringt ein, Knack. Mit einer elektronischen Schaltung kann ich die Knacks dann zählen und fertig ist mein wunderbares Messgerät. So, fertig bin auch ich. Ich hoffe, ich konnte alles verständlich machen und verabschiede mich damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.